Im heutigen Video machen wir den zweiten Versuch von unserem Tankaufkleber. Zudem ist heute noch die Fertigstellung von Wolf. Das heisst noch Kleinigkeiten wie Seitenschutz, Typenschild und so weiter. Und zum Abschluss zeigen wir euch noch eine kleine Zusammenfassung von unserem Projekt und einen abschliessenden Palm. Morgen Morgen! Guten Morgen Luca! So! Ich bin wieder da! Das ist doch schon mal gut! Wir haben Kleber produziert. Jawohl! Und ich würde gerne anfangen zu wirken, wenn das okay ist für dich. Das ist perfekt, können wir direkt loslassen. Super! Wir haben es ja letztes Mal ausgemessen. Von daher sollte alles klar sein. Jawohl! Auf die andere Seite. Und dann haben wir die Kleber auf der richtigen Größe. Dann putze ich mal noch. Schnell einmessen. Ist das eine schnelle Sache? Gut, gut! Machen wir! So? 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 Bis zum nächsten Mal. So, kommt's gut? Ja, jetzt bin ich gerade fertig. Nachher musst du den Blöder kontrollieren. Wie bringst du jetzt die Blöder raus? In der Regel machst du einen ganz kleinen, feinen Stich. Zum Beispiel jetzt hier einmal eine. Und schön glatt streichen. Sie dürfen nicht offen bleiben, sonst können sie sich Dreck drinsammeln. Wenn du jetzt mit einer Folie drüber gehst, sammelt sich hier in der Luft. Und das heisst, ich muss in eine Richtung raus schaffen. Und so ist es auch, wenn du normale Kleber aufklebst. Nicht irgendwo anfangen und dann... Die Luft muss immer weg von allem. Und wenn du dann halt mal ein Blöderli hast oder so als Laie, dann stichst du sie aus. Mir passiert es auch einmal. Am Schluss muss es einfach sauber aussehen. Wunderbar, danke vielmals. Ich hoffe, dass das so schön geklappt hat. Gerne. Danke vielmals. Gut, Luca. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Danke. So, wie ihr gesehen habt, das Töffel ist kurz vor der Vollendung. Jetzt kommen noch ein paar kleine Sachen hin, wie Typenschildchen, Seitenschütze und so weiter. Und dann ist das Projekt bis auf Weiteres schon mal vollendet von unserer Seite. Was in Zukunft noch kommen wird dazu, da könnt ihr gespannt bleiben. Ich würde sagen, ab in Porn, let's go. Wir haben vor, das Töffel komplett umzubauen. Ich würde sagen, ab in Porn, let's go. Ich würde sagen, ab in Porn, let's go. Ich würde sagen, ab in Porn, let's go. Outro 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.